Hier geht es mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Wir gehen gleich in den Pummel-Party-Chat in 15 Minuten. Squad ist Monte, ich, Micky, Danny, Willi und Rohat. Wir sechs. Zwei gegen zwei. Es wird seit sich. Okay, und Teams werden dann gelost, oder was? Ja, ich würde sagen, wir sind eh alle ungefähr gleich gut. Es könnte lustig sein mit losen. Danny, was machst du? Vier Games, sechs Wins? Vier Games, sechs Wins. Du bist doch völlig durch, Junge. Ich habe Fortnite-Wins. Ich habe Vollgas fast durch, nur Beidou fehlt noch. Also, Willi spielt mit... So gut. Er losgab. Oh, Willi mit Micky. Okay. Weiter geht's. Stinkstiefel-Konfi. Aber hat es dich nicht so glücklich angehört, dass du Micky bekommen hast? Nee, ich bin einfach nur unglücklich über die Situation, wie hier gehandhabt wird. Danny spielt mit... Und Monte. Danny spielt mit... 1, 2, 3, Fokus. 1, 2, 3, Fokus. Monte mit Rohrhardt. Ähnlich. Digga, aber ich sage dir ehrlich, das hat auch ein paar Vorteile. Wer spielt... Mit wem spiele ich? Mit Rohrhardt. Mit Rohrhardt. Okay, gut. Okay, also 25 Subs von jedem. Nein, ich wette, ich bin raus. Digga, Rohrhardt, hör auf mit sowas. Mach nicht so, Rohrhardt. Dann ist Rohrhardt raus. Lass sowas. Aber dann ist Rohrhardt raus. Ich bin raus und Monte spielt einfach mit doppeltem Einsatz. Okay, gut. Finde ich gut. Das ist bodenlos. Okay, aber dann kriegt auch Monte deine Gewinne, ne? Dann kriegt dann Monte deine Gewinne. Ja, natürlich. Aber mach Monte, das kann man nicht auch so bestimmen. Aber Monte bist du damit fein? Doch, doch, alles gut. Ja, ja. Okay. Fühlt sich sowieso nicht ein, weißt du, dass das... Also... Wichser. Aber lass doch mal heute so spielen, dass die Gewinner sie direkt bekommen. Das ist Danny. Das ist Danny. Und noch 20 pro Kopf oder 30 pro Kopf? 25. Okay, 20, okay. Danny, wir sind das beste Team. Also, nur noch mal für mein Verständnis. Fünf Pokale sammeln, aber als Team. Genau. Richtig? Ja. Wir müssen taktisch spielen. Ich werde heute wieder alles gut machen vom letzten Mal. Eine Frage. Darf man Automat gegen seinen Kollegen machen? Nein, nein, nein. Eins, zwei, drei, Fokus. Ja, 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 ja. Ja, ich bin jetzt auch unbrechbar von Meistern heute. Ja, 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 ja. Ja, ja, und dann am Ende ist es wieder da, wie er bestellt und ich habe geholt. Danny, wirklich, ich habe viel erlebt in den letzten Wochen, Pummelparty. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Machen wir, machen wir. Wir werden nicht, also nicht aufgeben, ne? Niemals aufgeben. Danny, das letzte Mal, wo ihr so wart, ne? Da wurdest du fast ausgeladen vom Turnier. Gebrochen. Nein, 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 nein. Willi, mach Meta. Komma, komm, komm, hör mir zu meinem Bester. Soll ich links lang oder gehst du gerade runter? Geh rechts lang. Ich komme mich um die Maske. Okay, okay, okay. Auf die Maske. Achso, okay. Du bist auch dran, okay. Aber ich gehe auch runter, Monse. Dann sind drei rechts. Ja. Wichtig. Leicht. Das ist ein bisschen der Micky. Tom, danke für deinen Satz. Oh. Das war voll dumm. Das war voll dumm. Nein, Eli Kummel, schon ein Teampartner. Micky, geiler Zug, Junge. Alles gut. Komm, Rohrath. Tschönen. Hey, was wirken denn die alle? Geh unten, geh unten, geh unten, geh unten, geh unten. Okay, AGH noch ein Fels. Doch, doch, alles gut, Digga. Oh mein Gott. Ja, lof mit dir her, lof mit dir her. Das ist das Sorge. Natürlich, Bruder. Das ist das Sorge. Mir hinterher ist das Beste, was ihr machen könnt. Boah. Was ist denn das? Wie machst du? Ah. Alter, wo ist das? Nicht gierig, werden wichtig. Eli, komm mit. Ich kann das nicht. Ich brauche dich hier bei mir. Ja, das kann man. Ich mache entspannt, ich mache entspannt, ich mache entspannt. Micky, du bist so geil. Micky, ruhig. Danny, du holst dich ein. Maschwein, du dreckiges Maschwein, du gieriges. Die Gier, Micky, die Gier. Fick, der Gier. Ich bin zweiter. Ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Oh, Mann, ey. Du bist nicht erster. Warum? So wichtig, Digga. Weil ich eigentlich immer besser gegangen bin und besser bin. Eli, eure Gefühle mal gemäht. Fack, Digga, Maibert. Ich habe auch anfangs gejokt, Mann. Ja, Digga, ich habe mir auch gar nichts gemerkt. Ich habe mich auf deine Asche verlassen. Ja, Niki, du machst Soja. Digga, zeig doch Eli nicht noch den Weg, Alter. Er soll brechen, ja. Ja, er ist bei dir hier. Komm her, ihr meint es. Ja, ja. Alter, der Kreis. Ich war noch nie am Ende gefühlt. Ich habe so ein Zuwandspücher. Es gibt gute Sachen. Ich glaube, Willi, du hast es schon. Ich glaube, du hättest es schon, Willi. Okay, okay. Es ist okay. Ja, beten jetzt. Obwohl, die könnten drei? Aua, guck mal. Ganz genau. Ja, alles richtig gemacht. Aber Aas und Hase. Und jetzt sonst da. Aas und Hase. Gön, 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 gön. Gön, gön, gön. Gön, gön, gön. Oh, Jungs, auf Miki. Jungs, nein, 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 nein. Auf Miki, auf die größte Gefahr. Auf Fuhrhardt und Monte. Nein, das ist Schwachsinn, Digga. Danny, du bist Lila, ne? Er bin Lila. Oh, nein. Ich bin Lila. Ich bin raus schon lange. Ich habe mich verkauft. Wie falle ich da runter, Digga? Es gibt wieder keine Sachen. Eli, du hast einen Dicken. Eli, das war für den Rentner. Eli, komm. Auf Schwarz, auf Schwarz. Ich habe einige rausgekickt. Das war schon gut. Wo war ich denn? Du bist Lila, du bist links von mir. Ah, ich bin links. Ich habe den Tiger gesehen. Digga, was ist das denn? Ich wurde direkt weggemacht. Alles Gute, alles Gute. Ich habe was. Ich bin der rote Panker. Digga, Monte, wie du mich? Weg mit dir, du Schmutz. Bruder, ich führe von den Punkten. Ich bräuchte sie, dringend. Lass mich dich doch ausstoßen, Digga. Das bringt keine Punkte, du dumm Kopf. Fürs Feeling aber, Bruder. Fürs Gewinnerfeeling. Miki, 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 wir missen. Ja. Kick Monte raus. Nein, Miki, ich bin weg. Nein. Sehr schön, Miki. Sehr schön, Miki. Den, der dreht drauf. Lass mich, lass mich. Ich will, ich kann, okay, okay. Ich kann dir eventuell an die Kiste kommen, Digga. Gegen Eli, okay. Boah, okay, aber okay. Eli, du bist besser. Du bist besser, Bruder. Du bist besser. Fokus. Mann. Oh, Mann. Eli, du bist so gut aussehende, weißt du das? Der Lambo sei so gegönnt. Machst du, machst du, machst du, Bruder. Wichtig. Eli, bitte. Oh mein Gott. Wichtig. Sehr gut, Rohat. Oh mein Gott. Oh, Rohat holt's. Rohat gefägt. Rohat. Eli, so viel besser. Oh mein Gott. Ja, warte. Oh mein Gott, Eli, wie kannst du das abgeben? Oh mein Gott, Rohat. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war echt Betrug. Das sind 3 Raketen. Aber der hat sein Ding verliegert. Aber der hat sein Schlüssel. Micky, ich dachte, du bist sicherer. Ist du nicht mal lieber, ne? Er hat sich als 2, 3 Würfeln ist sicherer als 5 oder 6 Würfeln. Mein Maul, Danny. 1, das schöne Alter, der Motosfeld. Boah, dafür. Er kriegt auch Schaden, weg. Dafür die Rakete musen. Sehr, 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 sehr. Oh, ich meine, dafür die Rakete musen. Ja, ja, dafür. Nein, nein, wir haben das geused. Sehr gut, Micky, der erste Pokal an uns. Sehr, sehr, sehr schnacken, so dumm, sehr, sehr schnacken. Ah, Zufallsspiel. Du musst gucken, wo du bist, du musst gucken, wo du bist. Zufallsspiel, Zufallsspiel. Nein, eh nichts. Ich bin oben. Oh mein Gott. Ich bin unten. Okay, Danny. Ich lauf nach rechts. Ich lauf nach rechts, Danny. Ey, bei mir geht's nicht. Ich lass dir hier alles, Danny. Ich lass dir hier alles. Mach dein Ding. Mach unten lang. Ich hab, ich hab, ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott. Micky, geh mal mit mir. Schnappt. Eli, komm her. Komm her. Komm her. Sehr schön, Micky. Sehr schön, Micky. Sehr schön, Micky. Sehr schön, Micky. Kannst du gar nicht, Eli, oder? Kannst du gar nicht. Ich hab mich für dich geopfert. Eli, du kannst unten links noch. Und unten links kannst du auch noch. Ja, soll ich das nehmen? Ja, nimm das. Brutal, Micky. Eli, das war so stark von uns. Du hast gewonnen. Du kannst oben noch was machen, Micky. Äh, Eli. Na, schwierig. Oh, doch. Komisches Spiel. Oh, ihr Gabe hat gechockt. Bisschen. Sehr schön, Micky. Sehr schön. Oh, gelb sieht selben aus. Super, 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 Micky. Super, Micky. Super, Micky. Aber ist egal, Micky hat nix. Sehr schön. 98. Ich bin vor Willi gekommen, ne? Dritter Platz. Hm. Wir haben zweimal Magneten. Wir haben beide Magneten. Nein, 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 nein. Oh, das ist Quatsch. Ich bin der Beiter für das eigentlich. Oh, no. Oh, die Haare. So wichtig. Oh. Oh. Micky, wie geht's? Bin sauer. Okay. Micky ist da. Geil. Wir sind beide fein. Wir haben die nächste Küste. Außerhalb. Wer ist denn Partner? Oh. 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 Wer ist denn Partner, Ruak? Ja. Rächt mich. Au. Aber Willi ist ne Gefahr jetzt, Jungs. Okay. Daniel, das kann ich mittlerweile ein bisschen. Okay. Ich kann's ein bisschen. Ich bin besser geworden. Ich kann's. Top 3. Top 3 komm ich. Ich hol zwei mindestens. Versprochen. Okay. Let's go. Warte mal. Wer ist vor der Kiste nochmal? Nice Frage. Eli. Eli und Danny, ne? Mhm. Okay. Welche Farben sind die? Digga, kannst du aufhören zu sabbeln beim Zocken? Mann, Digga, jetzt musst du schlagen. Scheiße jetzt. Komm, Willi, komm. Hier. Danny, du machst es super. Du machst es super, Danny. Das macht's eh nicht mehr bei uns jetzt hier. Ja, ja. Komm, wir fahren unsere Runden. Immer Windschatten, Bruder. Halt mal ein bisschen nach und ich brauche Windschatten. Ich muss das Risiko eingehen. Okay. Ja. Okay. Danny, du bist auf der Eins, du kannst das. Hast du mehr Pass? Ja, weiß nicht. Oder was, ey. Mickey, super. Super, Mickey. Zieh durch, Mickey. Geil. Und da bin ich doch, Digga, bin ich doch. Da bin ich doch, Digga, bin ich doch. Da bin ich doch, Digga. Die Buh mitgenommen, Bottasch. Digga, man kriegt nicht mal ein Geschenk, Digga. So, die Bung, das Spiel. Ähm, na, komm. Ja, und da ist die nächste Kiste. Guck mal, das ist die Eins. Das ist die Eins, Chat. Es geht hier um 100 Zaps. 100 Zaps. Das Gewinnerteam kriegt 100 Zaps. Gute erste Kiste. Ah. Ist auch ein Weg. Hast du eine Rakete? Nee, dann nicht, glaub ich. 60, 40 für die Beliebe. Schmeck. Die Kiste kriegen die, die Kiste werden die bekommen. Ist man sicher? Ja. Na, oder? So, jetzt kommt ein Gamechanger. Monte ist die nächste Kiste. Wie, Monte ist Null drin, Digga? Ich hab richtige Calls hier gemacht, Bruder. So smart. Wie, nein, ist Null drinnen. Wie meinst du Null drinnen? Und würfeln. Ne, ne, ach so. Ja, ich hab's nicht drin, Digga. Ja, ich hab's nicht drin, Digga. Ja, ich hab's nicht drin, Digga. Okay, okay. Ich leg mir gerade her, was ist es für dir? Ja, Bruder. Sag euch ehrlich, Roat, Monte? Ja, ja, ja. Welche Trau ist denn ich, wenn nur auf ihn gehen? Einfach auf ihn gehen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich komm mit dir. Geht doch mal, du gehst auf das andere. Geht doch mal, du gehst auf das andere. Geht doch mal, du gehst auf Lila. Nein, 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 nein. Einfach auf das Prinzip, weil er die ganze Zeit kommt. Komm, 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 komm. Weil er nur hetzt. Weil er hetzt. Jetzt drauf. Hier, 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 Rot. Master, komm her, hier. Ah. Tret auf ihn drauf. Tret auf ihn drauf, Dandy. Tret auf ihn drauf. Mach mit, Micky. Ich mach mit. Hat doch nicht einen Schaden, Digga. Willi, ich f*** dich gleich, ne? Du Wichser. Ich bin doch die ganze Zeit auf Lila. Ey, er ist Lila. Einmal Lila. Ruat, ich bitte dich. Digga, Monte wird gleich gewinnen. Ja, nice. Vicky, du bist viel besser als der die ganze andere Lila. Ja, richtig. Vicky. Ja, aber die Abrissberne ist gut. Ich habe, ich sag so wie es ist, ich habe in den letzten fünf Pummel-Party-Matches noch nie, noch nie dieses Geschenk ist bei mir passiert. Es wäre sehr schön, wenn es mal klappt. Jetzt ist die Zeit. 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 Micky, weil du scheiße bist, Michi. Ich glaube ich spann auch, ja. Mach einen Spannenden. Äh, okay. Was denn? Vater, Digga. Gebrochen. Okay. Okay, jeder für jeden. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Eli ruhig bleiben. Ah, f***. Ah, ich bin mal egal. Erster Platz für die Believer. Für die Believer-Chat. Ey, es ist verkehrt, Dritter zu sein, ne? Ja, Digga, Mann. Bist du nicht die Schmerzen? Da geht's dann. Wichtig. Was denn, bist du hässlich? Oh, Migli, oh, Migli, hol ihn raus. Oh, Migli, hol ihn raus. Ja, Migli, hol ihn raus und halt ihn rein. Halt ihn rein. Halt ihn rein. Halt ihn vielleicht ein bisschen schräger, damit du den Dings noch hättest. War egal, war egal. Auch unten. Oh mein Gott, Digga. So wär so wochen. Eli war egal. Egal, ja, war egal. Digga, Willi, du bist los. Auch unten hättest du mit Erden. Ja, war egal, Mann. Willi, Willi, du hast keine Ahnung, du schranzlos. Du bist der Beste. Wirklich, super. War egal, war super Runde. Montee. Sehr gut. Guck mal, was du winnest. Ein Leben. Entweder ne 2 oder ne 4. Kannst du mir aufrufen mal. Okay. Du musst vor Rohath und Migli kommen, damit du das Geschenk da oben bekommst. Ich bauch diesen Druck auch gerade. Du musst es schaffen. Du musst es schaffen. Ich würde dir sagen, ich komm dir entgegen, ne? Oh mein Gott, Digga. Okay. Hast du ein Magneten, Rohath? Nee, ich hab nur ein Geschenk. Versuch eine 9 zu werfen. Versuch meine 9 zu werfen. Versuch meine 9 zu werfen, Rohath, ey. Ach du Scheiße. Du schweiß. Malz Maul, Eli, auf den billigen Plätzen. Das ist wichtig. Also das Ding. Ja, weil du wärst... Guck mal, du hast... Warte, zeig mir noch mal die Ansicht. Ich bin hier unten eh dead und nächste Runde... Ja, ja, nimm das Geschenk um, Bruder. Na Eli, gefällt dir das? Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, ja, Digga. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Rein in den Bruch. Und jetzt noch was Gutes? Ach, Digga, was ist die, Bruder? Was war das für eine Runde, Digga? Was? Wie viel Glück haben denn alle? Okay, ich geh mir nur. Ich kann das, wenn ich mich konzentriere, aber zu 6 ist ehrenlos, weil es gibt am Ende keine Sachen mehr. Es gibt nicht genug Obstsorten. Es gibt nicht genug Obst. Es gibt nicht genug Obst. Ich muss wirklich schnell merken, wo was ist. Wo bin ich? Ich bin... Okay, ich bin... Orange, Banane. Orange, Banane. Ich geh hier auf die Orange und auf die Banane. Denny, hol dir ganz locker flockig deine Banane. Okay. Alle drin. Okay, das Letzte ist das Wichtigste. Auvergine, Orange, Karotte. Auvergine, Orange, Karotte. Nein, der Nuttensohn. Schatz. Ja, natürlich, weil ich schlau bin. Weil ich schlau bin. Come on, Danny. Bitte, Danny. 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 Ja, jetzt ist es wichtig. Danny, lass mich. Danny, lass mich. Danny, lass mich. Und du konntest dich nicht. Drei Gemüsesachen werken. So wichtig. Salat, Banane, Wassermelone, Karotte. Salat, Ban... Ich weiß nicht, war random. Nein, 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 nein. Salat. Banane. Nein. Dritter Platz. Ja, so nämlich. Sehr stark. Guck mal, du könntest dich rein theoretisch mit Monte teleportieren. Oh, er hat den, musst du, musst du. Er hat den Dings Laser. Zeig mir alles. Zeig mir alles, was du hast. Geschenk, okay. Oh, ist auch gut. Ist auch gut, ist auch gut. Aber, aber das Dicke ist noch da. Und ganz eventuell... Ja, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier... Was ist denn hier? Sehr gut, Digga. Ich weiß nicht, ob das Hard of Hard reicht. Drei Felder macht das. Guck mal. Glaub ich nicht. Doch, 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 doch. Das geht. Oh mein Gott. In die andere Richtung, in die andere Richtung. In die andere Richtung. Das macht genau drei Felder. Der Bogen ist anders. Der Bogen ist anders. Guck mal. Ja, aber du musst ja nur... Guck mal, guck mal, guck mal. Das trifft zu 100 Prozent. Ein bisschen, ja, geil. Das fühlt sich super an. Aber es ist egal. Ist egal. Ist gut. Ehrer Trade, Digga. Soll ich ehrlich. Was kriegen... Was würfeln die auch immer alle? Alles gut, alles gut. Du machst das. Du bist ein Macher. Sui. Jungs, die haben, guck mal, die haben jetzt zwei Trophäen und Micky hat 100 und zwei Raketen. Ich möchte auch ganz kurz erwähnen, Danny hat auch eine Wabe. Weiser Call. Hört mir zu. Wenn ich jetzt Micky töte, macht es keinen Sinn. Er wird gleich einen Teleport usern und wir müssen im nächsten Game alle auf ihn gehen. Nein, er wird doch kein Teleport. Er verliert aber nicht genug Keys, dass er nicht die Kiste aufmachen kann. Ja, aber er ist trotzdem die schlimmste Gefahr, Digga. Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu. Ich denke nämlich einen Schritt weiter. Rede, rede, rede. Hört mir zu. Wenn ich jetzt auf Micky gehe, dann hat er trotzdem gleich genug Keys, um auf Dings zu gehen. Wenn er jetzt aber das macht und wir nächstes Game auf ihn gehen, dann kann ich ihn trotzdem... Mit wem will er sich denn teleportieren? Er will sich mit Willi teleportieren. Micky will sich mit mir teleportieren. Aber guck mal, selbst dann hast du noch eine Dingsa, wie heißt das? Aber hör mal zu, hör mal zu. Er muss dann aber ein Teleport verschwenden. So ist er gleich, er würde auf das große Geschenk umgehen. Das stimmt. Das ist nur eine verfickte Abrissbeere, Digga. Hör auf deinen Arbel. Nein, es macht keinen. Hör mir doch mal zu. Folge dem Weg, Rohat, folge ihm. Micky, halt zum Maul, Alter. Beim nächsten Game of Micky. Und das macht am meisten Sinn, das zu machen, was ich jetzt gerade sage. Gib mir die Abrissbeere, Rohat. Aber wir können ihn doch danach. Gib sie mir, Rohat. Und da muss die Läser danach. Ich bin da, wenn er nicht eine riesengroße Gefahr, Rohat. Gib mir, Rohat. Rohat, 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 hör mal bitte zu. Jungs, halte mal. Ich schau mich hier bei einer Therapie-Sitzung. Jeder redet auf mich ein. Ja, ich schau mich hier bei einer Therapie-Sitzung. Du nimmst die Scheiße jetzt, weil er glaube ich, dein Teleport verschwenden muss. Genau, benutze es, Rohat, benutze es. Ey, Danny, vielleicht TP mit Dings da, mit Willi. Ich bekomme zwei Keys, ich habe keinen Magneten, ich schicke nicht nur Keys raus, leider. Auch nicht, wenn ich auch nicht erster werde. Okay, dann hol dir das Geschenk, hol dir das Geschenk. Du bekommst nicht mal, weil ich wieder ein... Doch, 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 doch. Doch, doch, du kriegst es genau, glaube ich. Und Hase. Mann, pass auf. Nein, bitte kein Hase, bitte. Vater, Hase, bitte. Bitte, Hase. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich auch, ich auch. Bitte, Schwarzen, Blatt, 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 Blatt. No, Rade ins Loch. Richtig und richtig. Ich habe... Also, es ist aber auch... Oh, nee, Digga. Ja, mach hier. Rage in dem Game, wenn man bleibt stehen. Ja, ja, Bruder, ich mache es jetzt, ich mache es jetzt, Bruder. Vertraue. Digga, das ist so dumm. Digga, alles ist gut, alles ist gut. Bleib, 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 bleib da. Alles gut. Ja, ich habe eine Gewinnermentalität. So ist richtig. Erstes Spiel. Bleib ruhig. Digga, hier ist alles full in der Mitte. Man kann nicht mal was machen. Ey, wer erst da oben ist, der die anderen nicht gegenspringen. Meine Fresse, ist das ein Ruh in so ein Spiel geworden. Digga, ich würde die Spawn Trappe. Ja, kurz Regel eingeführt, ne? Nein, das ist immer so. Ja, ja, ist immer so. Ich schwöre es dir, das ist immer so. Haben wir letztes Mal schon gesagt, das ist so. Wie soll man da rüberkommen, Mann? Okay, wir springen nicht, wir springen nicht, wenn man oben ist. Du der Erste springt. Okay, aber wenn die anderen Schwänze, dann sind wir beide Erster. Dann sind wir beide Erster. Nein, mach nicht, mach nicht, das ist unfair, das ist unfair. Ja, jetzt ist unfair, mach nicht. Okay, okay. Macher, machen. Danny, wir sind viel besser als die im Minispielen, ich schwöre. Das ist wirklich so. Deswegen ist ja auch, oh, man geht es nicht so richtig. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, was musst du jetzt machen? Du hast Zeit und redet noch. Mach die Farm Guard auf ihn, mit einem ruhigen Finger. Das packt bei mir rum. Es geht so genau. Und noch eine Obergespart, let's go, bro. So, so, weg. Erstens, zwei noch ein Geschenk belohnt werden, mit einer schönen Rakete. Eins, zwei, drei. Fokus. Nachstab. Okay. Eins, zwei, drei, genau. Ein paar Schlüsse. Digga, ich würfel so gering und ich hab so Pech. Ich bin gut im Minispielen, aber ich werd so gef***t von diesem Spiel hier gerade. Guckt's euch an. Ja, kriegst du zurück. Low halten. Ja, ja, hier. Also, Bruder, Niklas, mit Würfeln hast du's heute nicht so. So. Mach, er wird sich mit dir TP'n? Wer denn, wer denn? Micha kein mehr. Ja, aber du kannst ja trotzdem machen, würde ich sagen. Also, wenn du dich mit Miki TP'n hast, dann kann Eli halt seine Dings wegnehmen. Seine Raketen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Routercall. Oh, oh, oh. Aber die Kiste wird jetzt Rohr hat, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ist gut, dass sie auf Rohr hat reinfällt. Ah, das stimmt. Manipulierst ein guter Mensch, Digga. Ne, ne, das ist auch ich fein. Das ist echt fein. Du brauchst ein paar, eigentlich brauchst du ein paar Dings. Genau, und deswegen wär ich ein Fan davon. Ja, ein Fan. Na? Sehr schön. Ja, ein super Fan. Oh, ja. Oh, oh. Das war sehr smart. Oh, das war's. Oh, oh. Heilige Scheiße. Ey, bevor du gleich auf mich gehst, ne, im Minigame, Willi kann genauso die Kiste kriegen. Bruder, das ist deine Kiste, Rohr. Das ist, wir gönnen doch. Ja, das ist dein Kiste. Ach, Digga, das ist alles krank. Let's go, Digga. Digga, bis jetzt kam 9, 10. Weil du ein Macher bist, Bro. Ja, wir haben die Kiste. Aber ich würfel bei sowas nochmal ganz schlecht. Nein, weißt du warum? Mann, totgeglockte Leben am längsten. Sehr schön. Ich möchte nochmal anmerken, dass Niklas jetzt direkt nochmal eine Kiste bekommen kann, ne? Aber Willi hat zwei Kisten. Das Spiel wird ihm nicht die dritte geben. Du bist ein Macher, Willi. Du bist ein Macher. Haha, herzlich willkommen zum nächsten Pokal. Wir gehen rein. Huuu, Baby. Das ist schlecht, Digga. Oh, das ist insane. Das ist so W. Das sind jetzt eine große Gefahr. Digga, das ist so krass, ne? Baby, hol ich da nicht. Ja, ganz schnell, mach Laser, Digga. Ich hau alles aus. Weg, mach ihn weg, mach ihn weg, Digga. Mach alles aus. Nein, das ist der Fallschirm. Wenn er Rakete hat und gut würfelt, dann hat er die direkt wieder. Mach, 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 Digga. Ich könnte sie holen. Du könntest sie holen. Mit was denn? Ja, aber du kannst sie ja töten und dann safe gehen. Ach so, ne? Aber er kann die Rakete. Hol die Kiste. Mach den Laser, mach den Laser. Ja, ja, mach den Laser. Mach den Laser, Bro. Was denn? Mach Risiko. Wir haben dann sonst einen Full Win, Bro. Mann, Micky ist scheiße im Minispielen. Ich muss die holen, Wolli. Er hat doch eine Rakete, Bro. Ja, er muss nur vor... Nein, mach, mach. Micky, Daddy, willst du gar nicht... Ja, danke. Endlich. Jungs, also ich bitte euch, was... Ja, ja, eine Zweifel. Jetzt hätten wir Schwarz auf Weiß, wenn du keine Zweifelst, dann hätten wir es... Okay, gut. Ja. Sehr schön, Danny. So. So, und jetzt mach ich nächste Runde Laser auf Micky und dann musst du wohl auch Laser machen. Du kannst sie direkt kicken jetzt. Du bist ja neben... Er ist... Ach so, ach so, ich, ach so, er war schon dran. Oh, die Kiste sogar da unten. Ja, ja. Er hat eine Rakete. Oh mein Gott, ja, eine Rakete. Deswegen sag ich ja auch Lachen. Aber guck mal, er guckt, Arne. Schicksal, Chat. Alle auf. Micky, du kannst das. Micky, geh. Erster Platz. Mute. Ich wurde, glaube ich, die letzten fünf Male da erster. Oh, wichtig. GG. Digga, wir haben beide nicht einmal verkackt, ne? Ne. Ich, ich. Ich habe hier ein gutes Gefühl, glaub mir. Wir sind besser an Minispielen als Micky und Dingsda. Warum machst du jetzt mit ihm? Soll ich ausrasten? Damit ich hier hinkomme. Mein Gott. Aber Bruder, du hast ja gar nicht mal... Ah, nee, sorry. Ja, ich verkehre, weil Danny Fokus heißt. Alles gut. Das ist echt krass, Jeff. Überleg mal, wie oft Danny und ich erster, zweiter oder dritter werden. Und wir werden hier vorhin geknallt. Das Ding ist, Willi, du müsstest, um mich zu retten, müsstest du einmal mit Danny Teleport machen. Dann ist er bei dir. Dann kann er mich nicht mal kneten. Dann muss er mich lasern. Und dann hätte ich trotzdem immer noch ein paar Kies. Also es wäre schon gut. Das ist ein Team. Okay, lass uns die P raus. Oh, du musst ihn lasern. Bin ich drauf? Ich sehe es nicht. Du kannst ihn vorhin lasern. Du bist vor ihm. Geht das so? Ja, sehr gut, sehr gut. Mach langsam, mach langsam. Kann man das nicht sehen, Digga. Ja, sehr gut, so, so. Hoffentlich mit nichts geht das. Schade. Ich kann nicht mal Läd auf Rohr und Monte machen, weil ich könnte dann Rohr den Laser klauen und dann ist es halt in Gottes Hand. Naja, es ist nur einmal. Alles gut, alles gut, Willi. Alles gut. Alles gut. Du kriegst Schlüssel. Unser Teleport war sehr gut. Und die Masse, was kommt bei mir, ist sehr gut. Das ist voll super. Alles top, 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 top. Digga hat sehr wenig Schlüssel nur bekommen. Alles gut, alles gut, Willi. Warte mal, ich mach die B-Bean-Stock auf Eli. Nein, die B-Stock auf Eli. Auf Eli, sonst hat er die Dings. Sonst klaut er mir meine Kiste. Ja, ja, safe. Aber er hat hier eine Rakete, das ist auch das Problem. Ja, aber wir haben gar keine Kiste. Ich hab keine Schüsse. Schau mal, schau mal bitte. Ich hab keine Schüsse. Ja, aber wenn ich über die Sonde kenne, dann überfährst du ihn und hast deinen Kies. Ja, man weiß noch nicht, ich stehe auch mit ihm auf einem Feld. Schau mal musst du dich auch mit. Ohne, wir haben zwei Kisten. Micky wird dir das Spiel gewinnen, wenn du mich jetzt kickst. Das ist das Schwarzeste, was ich machen kann. Dann ist er nicht dead und dann kriegt der Dings auch nicht die Kies. Dann ist er einfach nur weak. Die Rakete macht nichts zu geben. Ach, Digga, es ist so schlecht, ich schwöre. Es ist so deprimierend. Ich schwöre, es ist unglaublich. Sehr gut, Bruder. Das war ein ganz dicker Würfel, Bruder. Ich sag dir jetzt, was passieren wird. Ich werde keine... Nein. Eins, zwei, drei. Ich werde keine vier würfeln. Ich werde dann sterben nächste Runde durch diesen Saft. Dann kommt Micky und benutzt seine Schwarzestein bitte. Das ist super schnell. Aber eben hast du... Mach mal die Ober auf Micky. Das schaffst du, Eli. Du bist besser. Schön weiter runter. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Runter. So ist gut, ja. Ich gucke jetzt keine drei. Das ist damage. Es ist wirklich... Also es ist... Ja, weil du wieder ein halbes Jahrhundert gebraucht hast. Ich habe es gecallt, Digga. Ich habe es gecallt. Es ist wirklich schlimm. Kackspiel. Du bist raus, Bruder. Du musst jetzt rasieren. Ja, ich gebe mein bestes, Bruder. Ich bin heute irgendwie... Das ist echt schass. Ich mache Fehler, die ich sonst nie mache. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so langsam bin. Digga, sprintet meiner nicht? Wieso ist er so langsam? Digga, er springt einfach nicht. Also wirklich. Er ist in einem Bruch. Kein Nagneten, so eine Pisse bekomme. Ich pisse aus meinem Arsch. Das ist Bullshit. Ja, mach nur Micky Seite, weil dann kriegst du die Rakete. Vielleicht von ihm. Digga. Was ist da Willi denn für Geschenke? Was ist da Willi denn? Willi ist Scheißhaufen, der hätte nichts. Schon mal in den Spiegel geschaut? Ich glaube nicht, dass Willi was hat. Ich glaube, ich werde sogar beide abziehen. Nee, mach nur Micky. Macht mehr Sinn. Mach ich auch keine Sorge, Bruder. Keine Sorge. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Aber gut, ich bin es. Eher eine Rakete, ne? Kiesner ist schon mal wichtig. Und richtig. Oh, der Achtmann war eine hohe Zahl. Oh, Maschallah. Ach, Digga, ich kann das. Ich kann das nicht mehr. Du bist doch gut ein Geschenk, Bruder. Medik. Guck dir das Medik. Guck dir das Medik. Ja, okay, okay, okay. Du musst, bevor wir gewinnen, wir brauchen noch drei Pokale. Ja, da, 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 recht, Digga. Also wir sind auch nicht mehr alle. Ich habe einen guten Play. Ich teleportiere mich mit Dings und mache nächste Runde den Hasen, weil wenn Micky weiterkommt, den Hasen. Ja, guter Call. Ja, sehr guter Call. 2-5, Big Brain. Ja, sehr gut. Richtig. Und Micky hat auch eine Rakete. Micky, volles Risiko. Ich will eine 4. Oh mein Gott, ein Ding, er hat so. Oh mein Gott. Warte mal ganz kurz, ich habe Magnet. Oh ja, Magnet. Magnet, ja, Magnet. Magnet, Magnet, Magnet. Nein! Nein, doch, Magnet! Oh mein Gott, ich will mal gucken, wie das funktioniert. Ja, ja, krass. So, genau so. Krass, krass. Genau so. Micky, gib mir deine Rakete oder dein Geschenk, bitte. Ja! Okay, gut. Oh, lecker. Oh, lecker. Oh, das ist ein Trümmer, Bro. Digga, die hat er gerade bekommen. Die hat er nicht mal einige Minute gehabt. Das ist sogar besser als die 5, Bro. Oh nein. Und jetzt werde ich einen neuen würfeln, wenn ich sie nicht brauche. Also dann mache ich den Stream aus. 1x3, 1x3, 1x3. Dann mache ich den Stream aus. Oh, ich lande auf dem Ding drauf. Okay. Oh, ist doch wichtig, ist doch gut. Okay, warte. Hast du ein Geschenk, Monti? Danny, ich mache das Geschenk. Ich habe ein Geschenk, ja. Bitte hol dir die Kiste, bitte hol dir die Kiste. Zeig, was du würfeln musst. Wo bist du? Oh, ich habe Angst. Danny, der 5. Bitte der 5. Ja! Oh mein Gott. Okay, wichtig, 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 wichtig. Das Ding, okay. Ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, nur für den kleinen Trümmerbruch, auch wenn ich mir keine Freunde damit mache, Elia ist der Einzige, der noch keine Kiste hat. Ja, das stimmt. Danny, vielleicht haust du Eli weg mit den Schläger, Herr Micky. Oh, stimmt. Ja, mach. Macht für mich keinen Unterschied. Oh. Mach für mich keinen Unterschied. Mach aufs Damagefeld, ja, aufs Damagefeld, ma. Sehe ich dich massiv. 3, äh, 4, äh, kann ich zählen. Ah, gebraucht. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich mach meine Augen zu und einfach die Reaktion, du sagst mir jetzt. Okay, alle sind ruhig, ich gebe dir die Reaktion, ungefiltert. Okay, okay, okay. Ich mach meine Augen zu. Niemand sagt was. Ich mach meine Augen zu. Ich bin ruhig und warte. Okay, okay. Du hörst doch den Zorn. So, eröffnet das und es sieht ganz dunkel aus, so dunkel wie das schwarze Loch rein mit dir da. Ah ja. Oh mein Gott. Ist das krank, ist das krank. Was ist das? Oh, das kann Micky, das Spiel, das kann Micky. Das Womus auf Micky eventuell. Micky hat kein Aim. Ja, safe Monte, safe Monte, das gebe ich dir recht. Es ist unglaublich, Schatz. Oh, Mast, Mast, wer ist der Erste, wer ist schneller? Ja, killt bei Micky. Er hat Doppelkill gemacht, ne? Also. Micky, Micky, komm her. Lass dich oben bei dir. Micky, 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 komm, Monte, dreh hinter dich. Ey, ich, 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 lass. Ich kann nicht durchgehen? Ich komm zu dir. Micky, wo bist du, bist du oben? Monte, ich komm hoch. Micky, mach weg. Monte hier, Monte hier. Ja, warte, 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 warte. Ja, ja, alles gut, Dicke. Ja, jetzt hab ich eh gelegt. Ich brauch nur ne Waffe. Wichtiges Ding da. Mann. Vicky, ich bin hier, hol dir ne Waffe. Mach mich weg, Micky. Ich bin hier, Micky. Micky, ich bin der Schwarze. Micky, Micky. Ich bin schwarz, Micky. Micky, ich bin schwarz. Er ist mute, Bro, er ist mute, er ist mute. Er ist mute, er ist mute. Eli, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, Eli, was soll ich dir erzählen? Das Ding ist so vorbei, ne? Ey, Eli, mach, das macht dein Ding. Micky, ich bin schwarz. Geh hier. Micky, ich bin schwarz. Mach dein Ding, mach dein Ding. Alles gut. Monte, du Ficksao. Wo ist Micky? Micky, mach das. Nein, Micky. Digger, schon wieder erster Geschenk. Okay, jetzt habe ich schwarz auf weiß. Micky, hast du es wieder? Dann habe ich schwarz auf weiß. Dann haben wir schwarz auf weiß wenigstens. Okay, ruhig, ruhig, ruhig. Ich kommentiere wieder. Es ist mein drittes Geschenk. Pommelparty. Ich habe zwei Mal noch. Ich habe nicht einen Pokal. Bitte. Ruhig, ich kommentiere, Jungs. Bitte. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Aber es ist die Auswahl. Na endlich, wir sind da, Daniel. Wir haben vier Küsten. Jetzt die Null, jetzt die Null. Gibt es nicht, gibt es nicht. Gibt es nicht. Das ist das Gute. Aber er wird wieder eine 2 oder eine 3. Meine Game ist wieder aus. Monte, du bist vorbei, du bist richtig dumm. Ich hätte eigentlich auf dich gehen müssen. Wichtig. Danny, teleport mit Micky und erste Runde gewinnen. Roat hat ein Ding. Bruder, wir können jetzt gewinnen. Roat hat ein Laser. Das ist Roat noch nicht, Bruder. Er wird eh geschenkt, wie man es muss. Roat hat ein Laser. Macht ja auch Sinn. Ich habe keinen Laser, Bruder. Was lagst du? Ich muss es. Ja, du musst es machen, aber das Spiel ist nicht so. Man muss es. Eli, du musst es tun. Ja, ja. Aber es ist ein Nutten-Song. Ich habe noch nie so... Roat! E-Mail! 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 G-G's, Jungs. Besser als ihr. G-G's, G-G's. Wir sind viel besser. 1, 2, 3, Fokus. 1, 2, 3, Fokus. Ich möchte jetzt meine Subs jetzt sofort haben. Ich auch, ich auch. Ich auch, ich auch. Wir haben es vorher gesagt. Ich möchte jetzt meine Subs haben. Ich weiß nicht, worauf du redest. Ich habe nicht gewettet. Das stimmt. Roat hat nicht gewettet. Ey, das war verdient. Ich sage euch ehrlich, das war verdient, weil die haben die ganze Zeit Things gewonnen. Ja. Am Ende, ja. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, Jungs, ganz ehrliches Statement. Ganz ehrliches Statement. Ich gönne euch das 20 Mal mehr als dem rothaarigen Maschi, der jetzt in Madeira da irgendwie mit seinem rothaarigen blassen Arsch in der Sonne hängt. Und er ist zu spät gekommen. Ja, ja, ja. Und ist auch im vollen... Ja, da ist er doch im Bruch. Ja, ich mache schnell sein Stream auf. Ich mache schnell sein Stream auf. Ja, ja, 4 zu 2. Das ist nichts. Das ist nichts. So kann man immer gewinnen. Du bist Dogshit. Du bist Dogshit. Du gewinnst, weil 4 gegen 2 ist. Deswegen gewinnst du. Weil du so lange draufredest, weil immer der allererste dann vorn ist und dann gehen immer alle auf mich. Oder Willi. Du bist Dogshit. Nicht gut gespielt, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Ich kann dir gar nichts. Bitte, bitte, bitte. Die Sonne hat dir zu sehr auf deinen blassen Arsch geschienen. Du hast doch auch so dreckig zu lachen. 30 Subs, bitte. Rein in den Bruch mit dir, du Loser. Ich habe immer besser gespielt, etc. hier und da ihr seid. Ja, deswegen bist du auch am verlieren, Bruder. Alles gut. Mir gibt so ein massives Schweißfleck auch in dem Arm, wichtig. Ja. So ein massives Schweißleck. Oh, das ist, das ist, 25. Beim letzten Mal, ich sag immer, ich sag immer wieder, letzten Runden, Danny wieder gewonnen. Hört nicht drauf, hört nicht drauf. Und ihr lernt halt nicht drauf, weil ihr dumm seid. Ja, dann spielt man besser mit einer Kiel selber. Ja, ey. Egal, wenn du 4-2-2-4-4-5 hast, dann kannst du ein gutes Spiel, wie du wählst. Sollen wir dich gewinnen lassen, oder was? Sollen wir dich gewinnen lassen? Oh, das ist, oh, das ist, oh, das ist, oh. Du hast die Motivation auch in Kellen. Du hast auch gar nicht deinen T-Mail mitgenommen. Und im Team, 1-2-3-Fokus. Ja, mit dem Sub-7. Am Ende des Tages GG's und ich verdirr lieber gegen Eli und Danny als gegen den rothaarigen Auswanderer aus Madeira da. Ich hab Mickys Chat aufgenommen und Pierre Maximus hat reingeschrieben, Eli, du bist so unsympathisch geworden. Pierre Maximus, ich habe heute gewonnen, du Schwanzgesicht. Und ich möchte jetzt von deinem Stream an meine 25 Gifts absehen. Jetzt sofort Pierre Maximus. Und du Bannklingst bei mir auch. Bis zum nächsten Mal.